hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und zwar ich weiß nicht ob ich schon lange gekündigt habe aber wir spielen heute mal dungeon antar 4 ich kenne einige von euch das ich bin gerade ist aufgestanden ungefähr vor zwei stunden und ja ja internet ist nicht gerade gut ja wenn sie das nicht am besten schon einmal zu und lerne also es ist ein open world rollenspiel wie man sowas nennt und man sieht die sind vier level über mir und trotzdem mache ich die ohne dass ich groß schaden kriege platz jetzt wollte ich mich aber vor nur einzeln auf mich los stimmen und dann sei ruhig du kleiner schlaf wiener also entgegengekommen im richtigen bündner ins klopfen sie ich mal hier wird ausgepeitscht wie ich aber jetzt nicht gerade so ganz schön knapp aber die sind schlecht hier decke ich werde sterben so bin ich auch schon hingegangen und dass ich meine energie aufladen konnte dann mache ich halt so und ihr seid mal ruhig in der ecke das war ganz schön knapp ich nehme euch auseinander loser es kommt gleich eine stelle die ich so hasse weil ich dann niemals leben durchkomme es wird gebraten ja das war mir klar tja das habe ich nicht geschafft steh auf du lieg auch nicht voll auf dem boden rum da da richtig eiskalt du bist in mein messer eingelaufen dein pech vielleicht schaffe ich in dieser folge sogar noch den boss zu platz machen ich will hier raus heute nicht okay vielleicht doch doch da der beim hier hier ist runtergefallen ich bin nicht gerade runter geschubst und schon wieder ist einer runter gefallen und ja ich weiß dass ich gerade nicht auf das dinge achte dass ich ein level ab habe ich mache das immer so dass ich erst das level also die fertigkeitspunkte einsetzt wenn ich fünf weiter bin insgesamt also wenn ich insgesamt fünf level ab also 15 15 20 ok aber wenn ich hier zu früh losgerannt gut dass ich da hier flächenschaden austeilen kann leben lass mich durch so einmal kurz heilen lassen also diese folge schaff ich das mit dem boss auf keinen fall dann ich jetzt du das hier jetzt du 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 er muss ich für diese folge schon mal tschüss sagen wie gesagt es dauert ein bisschen bis zum nächsten mal